hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video und herzlich willkommen nach der kurzen sommerpause ja auch ich brauche irgendwann zwischendrin mal echt einfach mal ein bisschen päuschen denn ja sommerzeit urlaubszeit auch ich war mal ein paar tage einfach weg habe mal abgeschaltet und hatte zwar ein laptop mit dabei aber dachte mir so nein irgendwann musst du halt auch wirklich mal urlaub machen und das habe ich auch dieses jahr getan und habe selbst in meiner urlaubszeit den laptop nur glaube ich ein einziges mal kurz angehabt und habe mir einfach jetzt mal diese zeit genommen umso frischer starten wir zurück wir starten also heute mit einem kurzen update denn wer das letzte video noch gesehen hat mit den reitfortschritten der wird am ende dann ja auch gehört haben dass er eben nicht optimal läuft dazu komme ich aber gleich noch mal und es wird die woche noch ein neues follow me around geben und zwar habe ich das mich gestern schon gedreht bei beiden pferden also es gibt neue eindrücke von ruby es gibt eindrücke von q das video wird am donnerstag um 16 uhr online gehen merkt euch das einfach nur schon mal und ja ich habe einiges geplant auch an neuen videos in nächster zeit lasst euch einfach überraschen wir fangen jetzt einfach heute mal mit wie gesagt den kurzen update an bevor ich im urlaub gefahren bin lief es bei uns halt leider doch irgendwie nicht ganz so rund ich habe viel von den sachen die ich heute anspreche auch auf instagram schon mal angesprochen aber gehe das einfach noch mal kurz so ein bisschen durch damit auch die leute die vielleicht eben nicht auf instagram unterwegs sind oder die nicht alle videos regelmäßig gucken einfach mal einmal auf dem neuesten stand sind nachdem wir mit dem q mit dem reiten angefangen haben hat er ja leider eine offene stelle in der gurtlage entwickelt also er ist halt einfach wirklich unheimlich sensibel mit seiner haut das mussten wir in der zeit oder musste ich feststellen er hat so eine ja fast schon so pergament haut auch im gesicht also er hat kaum fell im gesicht und jetzt einfach super sensibel mit allem und deshalb ja kam es leider sehr schnell dass er sich da in der gurtlage etwas aufgerieben hatte das haben wir natürlich auch mit dem tierarzt und alles relativ zwar gut wieder schnell in griff bekommen aber es war halt offen und es musste moment abheilen also haben wir ihnen da natürlich dann eben nicht mit gurt also sei es jetzt mit sattel oder mit longiergurt irgendwie bewegt sondern wir haben eigentlich mehr ja ein bisschen entspannungsprogramm gemacht allerdings war es auch da schon so dass es mir aufgefallen ist dass er nicht hundertprozentig lief allerdings war das vorne und das war auch eben am vorne links das bein also die seite wo die gurtlage offen war und das war sehr grintig also sind wir eigentlich davon ausgegangen beziehungsweise auch der tierarzt dass das eben sehr spannend wenn er läuft und dadurch halt auch nicht so optimal schön gelaufen ist bis soweit die ersten krusten dann verschwunden waren sind schon mal so eine woche anderthalb wochen irgendwie ins land gegangen so dass wir sagen konnten nach der freigabe vom tierarzt wir können wieder mit gut anfangen also habe ich ihn erstmal natürlich erstmal mit dem longiergurt wieder dran gewöhnt ich wasche es jetzt jedes mal nach dem bewegen einmal aus ich schmiere ihn mit öl ein also das ist einfach alles so ein bisschen elastischer wird klar die haut muss sich einfach auch erst mal dran gewöhnen ja an diese reibung und alles ich habe einen lampfellüberzug für den gurt neuen gurt mit geleinlage und alles gekauft also jetzt muss es eigentlich funktionieren ja also ich habe dann wieder angefangen mit dem longieren und ja aber er lief halt trotzdem immer noch nicht so dass ich gesagt habe es hat mir hundertprozentig gefallen also er lief nicht lahm aber er liefert einfach unrund also so ein bisschen hakelig wir haben uns das einfach erst mal ein paar tage angeschaut aber es ist einfach nicht besser geworden also wie gesagt er lief nicht lahm er lief einfach so ein bisschen einfach hakelig und das kann dann irgendwann hinten rechts vom bein wir hatten dann einen tag wo er wo ich ihn longiert habe und wo er dann irgendwie mal einmal weiß nicht seine zwei minuten hatte und vollends einmal ausgerastet ist beim bocken also mit dem bocken und dann war er danach deutlich lahm also dann haben wir auch relativ schnell gesagt also wir brechen ab und interessanterweise war auch wirklich zwei stunden später der tier als auf dem hof ein anderes fährt wir haben ihn dann auch immer vorgetrabt und alles und der hat dann auch gesagt nee also ihm gefällt das nicht wie er läuft er lief auch ganz klar nicht gerade und nicht lahm frei aber man konnte einfach nicht eruieren woher kann es denn weil er war nicht empfindlich er beim hufabdrücken weil wir hatten vielleicht gedacht naja vielleicht kommt ein hufgespür oder sowas nein also es war einfach nichts was irgendwie ja auf eine akute situation irgendwie ein gutes problem hindeutete wir haben dann einfach gesagt wir gehen fünf tage schritt er hat trotzdem einen entzündungshemmer bekommen weil er ja eben einfach deutlich auf dem einen bein hinten rechts nicht in ordnung war optisch gesehen auch wenn er jetzt nicht angezeigt hat was war und sind dann fünf tage schritt gegangen und zwar zehn minuten am tag ohne paddock ohne koppel und er war so brav er war wirklich so brav und hat das so toll mitgemacht und dann haben wir uns ihn nach den fünf tagen nochmal angeschaut und dann mit dem tierarzt auch gesprochen er war halt immer noch nicht gut also er hat uns einfach allen noch nicht gefallen ich habe dann noch mal eine physio geholt die war dann am tag später nach dem tierarztbesuch da die hat auch gesagt er hat einfach sich im rücken irgendwo verzogen wahrscheinlich irgendwo beim bocken beim rennen keine ahnung wir wissen es nicht wie also hat sich schon ziemlich so ein bisschen gemacht gehabt im kreuz und das war dann auch so der punkt wo ich das war dann die woche bevor ich im urlaub gefahren bin auch wo ich mir dann gesagt haben okay pass auf wir machen das jetzt ganz einfach bevor wir jetzt hier weiter immer noch mal ein bisschen rumdoktern wir geben ihm jetzt einfach die pause wir lassen ihn nur auf koppel gehen nichts anderes nur wiese und natürlich ein bisschen putzen und allem drum und dran aber keine bewegung irgendwie in weiterer und entweder er regeneriert sich von selbst oder nicht also das war dann der plan dass ich mir dann angucken wenn ich aus dem urlaub wiederkommen ich hatte so einen kleinen verdacht noch zusätzlich was eben halt vielleicht auch noch ein thema sein konnte dass er nicht hundertprozentig auf dem bein lief und zwar hat er nämlich eben an diesem bein eine hohle wand entwickelt leider am ruf und er reagierte aber beim tierarzt nicht empfindlich drauf also man konnte das abdrücken und alles aber es war nicht ja schmerzhaft für ihn ich glaube aber dass es ihn gestört hat weil beim longieren zum beispiel das thema war die hohle wand ist auf der innenseite hinten rechts auch gewesen dass er halt quasi wenn er links rum longiert wurde also wo er dann diese seite ein bisschen mehr belasten muss nicht gut läuft oder lief und an der rechte auf der rechten seite auf der rechten hand liefer hundertprozentig lahm frei also wo er eben diese seite entlastet hat deshalb war das so mein verdacht gut letztendlich wir haben jetzt gesagt dann er kriegt pause er hat dann noch mal eine woche länger pause bekommen auch als ich wieder da war weil ich eben auch gesagt habe ich möchte erst dass ein hufschmied sich den noch anguckt bevor wir den wieder antrainieren weil nicht dass wir jetzt sagen wir trainieren an dann passiert ist wieder irgendwas und dann sagt einer doch nochmal ja wir müssen dann doch den huf noch mal anders bearbeiten also habe ich gesagt wir warten noch mal auf den hufschmied das hat halt noch mal eine woche länger auch gedauert also insgesamt war q hat er jetzt vier wochen pause gehabt davon dreieinhalb wochen eigentlich fast auf der wiese die anderen waren ja die fünf tage schritt auch und der hufschmied war dann auch noch da der hat das ein bisschen bearbeitet hat dann kleber rein man hätte das mit eisen behandeln können auch aber er wollte halt eben nicht was ich definitiv pro dafür bin halt eben keinen dreijährigen jetzt anfangen hinten eisen drauf zu machen weil wir hinten eisen dann auch vorne eisen und viermal eisen war jetzt auch nicht so mein wunschgedanke aber gut er hat das jetzt erst mal so gemacht und das war so für mich dieses thema einfach dieser start schutz auch wir gucken uns dann am nächsten tag in ruhe mal an der longe an wie er läuft und sehe da also ich weiß nicht wir wissen halt nicht was was jetzt am endeffekt war war es jetzt einfach wachstum war es irgendwo ouchi war es irgendwas war es eine kombination von allen sachen zusammen definitiv war es so dass er beim longieren wieder ganz normal lief auch am nächsten tag ich habe dann zwei tage jetzt longiert habe gestern habe ich ihn laufen lassen weil ich dachte so okay man muss es ja jetzt auch mit diesem longieren und auf dem kreis nicht immer jetzt jeden tag irgendwie fortführen da muss ja auch zwischendrin trotzdem mal wieder runter kommen war auch ganz gut so er hat sich gestern noch mal kräftig ausgebockt deshalb bin ich umso gespannter wie er heute dann an der longe läuft und ja wenn er jetzt heute morgen auch wieder anständig also normal läuft ohne irgendwie dass er anzeichen hat dass irgendwas nicht in ordnung ist dann werden wir auch wieder mit dem reiten anfangen und dann setzen wir quasi die ausbildung fort wir haben ja zeit wir haben ja jetzt nichts verloren irgendwie dadurch es war eigentlich auch wirklich so mein gedanke dass ich gesagt habe komm bevor wir jetzt irgendwie großartig dran rumdoktern das fährt noch am ende irgendwo eine klinik fahren und durchchecken lassen oder sowas machen wir jetzt einfach eine pause und sagen wir schauen uns an hätte er sich jetzt nicht selbst regeneriert hätten wir natürlich sagen müssen okay wir gehen auf ursachen forschung aber so war ja alles gut also so läuft er jetzt wieder und wir hoffen einfach jetzt dass es weiter hält somit seid ihr also wieder auf dem neuesten stand und wir beginnen jetzt auch mit youtube mit instagram und alles wieder vermehrt ihr habt einfach gemerkt wie gesagt ich habe mich ein bisschen rausgenommen gehabt weil ich einfach auch mal meine urlaubszeit und meine pause ein bisschen genießen wollte aber wir sind zurück und wir starten wieder in die vollen ich wünsche euch ganz viel spaß bei den kommenden videos und vielen dank fürs zusehen und sage dann bis zum nächsten mal ciao meine lieben und dann bis zum nächsten mal